Hallo, heute beschäftigen wir uns mit dem Durststreik des in Griechenland inhaftierten Dimitris Kofontinas, den Auswirkungen des Tarifeinheitsgesetzes auf die Arbeiterinbewegung und damit, wie das rechte Netzwerk innerhalb des KSK von ganz oben gedeckt wird. Kommen wir zur ersten Nachricht. Seit 52 Tagen befindet sich der revolutionäre Gefangene Dimitris Kofontinas, der revolutionären Organisationen 17. November in Griechenland im Hungerstreik. Seit einigen Tagen verweigert er zudem die Aufnahme von Flüssigkeit. Sollte die griechische Regierung nicht sofort auf seine Forderungen auf ein Ende von Schikanen gegen ihn und eine Verbesserung der Haft eingehen, wird er an den Folgen des Zohenstreiks sterben. Kofontinas wehrt sich mit seinem Streik gegen die willkürlichen und repressiven Schikanen, mit denen er sich seit seiner Inhaftierung besonders in den vergangenen Monaten konfrontiert sieht. Im Dezember 2020 wurde sogar ein gezielt auf seinen Fall zugestimmtes Gesetz erlassen, das verschiedene Hafterleichterungen streicht. Am 21. Dezember 2020 wurde er entgegen der griechischen Gesetzlage in ein weit von dem Wohnort seiner Familie entferntes Gefängnis verlegt. Kofontinas Situation ist dramatisch. Er ist völlig abgemagert, kann sich nicht mehr bewegen und kaum noch sprechen. Er hat teilweise das Nierenversagen und lehnt eine medizinische Behandlung weitgehend ab. Obwohl Dimitris seit 2010 eigentlich das Recht auf Ausgang hätte, wurden ihm das erst seit 2017 zum ersten Mal zugestanden. Seitdem hatte er nach einstimmigem Beschluss der zuständigen Behörden und der sechsmaligen Zustimmung verschiedener Staatsanwälte gerade einmal sechsmal Ausgang. Seit dem Frühjahr 2019 hat Dimitris Kofontinas keine Ausgangserlaubnis mehr bekommen. Das wird begründet mit seinen politischen Überzeugungen und seiner Weigerung, diesen abzuschwören. Nach griechischem Gesetz gibt es keine Rechtsgrundlage dafür, die Ausgangserlaubnis daran zu knüpfen. Selbst das höchste griechische Gericht gab Kofontinas Recht, jedoch ohne dass sich an seiner Situation bis heute etwas geändert hätte. Wegen der Mitgliedschaft in der militanten Revolutionären Organisation 17. November war er im Jahr 2002 festgenommen und in der Folge zu elfmal lebenslänglich plus weitere 25 Jahre in Haft verurteilt worden. Die Revolutionäre Organisation 17. November war von 1975 bis 2002 in Griechenland aktiv. 2002 löste sie sich aufgrund einer gescheiterten Aktion auf. Während der 27 Jahre ihres Bestehens führte sie unzählige bewaffnete Aktionen in Griechenland aus. Dabei tötete sie unter anderem im Dienst der US-Regierung stehende Person, Folterer aus der Zeit der Militärdiktatur von 1967 bis 1974, Großkapitalisten und Politiker. Die Rote Hilfe e.V. fordert gemeinsam mit vielen weiteren Gruppen und Organisationen aus ganz Europa das Ende jeder diskriminierenden Behandlung von Dimitris Kofontinas. In Solidarität mit Kofontinas kam es am Mittwoch zur Besetzung der griechischen Botschaft in Berlin. In Athen gab es am Freitag heftige Straßenproteste. Kommen wir nun zur nächsten Nachricht. Dabei geht es um ein sperriges Wort, das Tarifeinheitsgesetz, welches jedoch für die ArbeiterInnenbewegung eine wichtige Bedeutung hat, wie sich an einem aktuellen Fall zeigt, nämlich in einem Konflikt zwischen dem Konzern Deutsche Bahn, der Gewerkschaft Deutsche Lokomotivführer GDL und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Das Tarifeinheitsgesetz war schon 2015 beschlossen worden. Es sieht vor, dass in einem Betrieb zukünftig nur noch der Tarifvertrag der Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern gültig ist. Für viele Betriebe mag das auf den ersten Blick nicht wichtig erscheinen, da sowieso eine Gewerkschaft die überwältigende Mehrheit der gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten vertritt. Das ist meist die DGB-Gewerkschaft. Aber was, wenn es kleinere, aber kämpferischere Gewerkschaften gibt? Die Deutsche Bahn gehört zu den Betrieben, wo dies der Fall ist. Denn neben der mitgliederstarken EVG ist dort auch die GDL aktiv. Diese hatte sich ursprünglich vor allem auf die Organisierung von LokführerInnen konzentriert und hatte in den letzten Jahren ihre Zielgruppe Schritt für Schritt ausgeweitet. Dennoch konnte die GDL 2015 das Tarifeinheitsgesetz nicht verhindern, sondern lediglich einen Kompromiss aushandeln, der die Anwendung des Gesetzes bis zum 28. Februar 2021 auf den Betrieb ausschloss. Genau diese Regelung läuft also demnächst aus. Nach dem Willen der Bahn soll deshalb ab März erstmalig das Tarifeinheitsgesetz in 71 ihrer Teilbetriebe, in denen bisher konkurrierende Tarifverträge Anwendung fanden, umgesetzt werden. Die Bahn strebt nun an, dass ein unabhängiger Notar Mitgliederlisten beider Gewerkschaften sichtet und dann mitteilt, in welcher Unternehmensgliederung jeweils welche Gewerkschaften mehr Mitglieder vertritt. Hier kommt es zum Geflikt zwischen den Gewerkschaften. So lässt die GDL-Führung immer wieder ihre Muskeln spielen und verweist darauf, dass man in den letzten Jahren massiv an Mitgliedern gewonnen habe. Selbst in Bereichen, die vorher nicht zum eigenen Kernklientel gehörten. Die EVG hat jedoch mutmaßlich weiterhin in vielen Teilen des Unternehmens mehr Mitglieder als die GDL. Die Folgen für die GDL könnten also gravierend sein. Die Funktionäre der GDL dürften diese Situation als existenzielle Bedrohung für sich selbst, aber auch für ihre Gewerkschaft wahrnehmen. Warum? Es ist zum Beispiel rechtlich unklar, ob die GDL überhaupt weiter zu Streiks aufrufen darf, wenn dadurch kein gültiger Tarifvertrag zustande kommen würde. Ein wichtiges Argument bei der Mitgliederwerbung, nämlich für einen anderen Tarifvertrag als der der EVG streiken zu können, das würde dann auf jeden Fall wegfallen. Die Deutsche Bahn wäscht dabei in der Öffentlichkeit ihre Hände in Unschuld und behauptet, man sei weiterhin zu Verhandlungen über ein Nebeneinanderbestehen beider Gewerkschaften bereit. Nur die Konkurrenzgewerkschaft EVG fordere offensiv die Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes. Liest man allerdings eine Hausmitteilung der Deutschen Bahn, die Perspektive Online vorliegt, setzt sich schnell der Eindruck durch, dass auch die Bahn selbst ein starkes Interesse daran hat, sich die GDL als Verhandlungspartner vom Leib zu schaffen. Ihr wird ebenso eine Blockadehaltung vorgeworfen, wie eine Verweigerungshaltung dem sogenannten Bündnis für unsere Bahn beizutreten. Letzteres hatte die EVG getan und damit ein enorm schwaches Lohnergebnis von 1,5% über zwei Jahre, also eine Reallohnsendung akzeptiert. Dieser Abschluss würde in allen Teilbetrieben der Bahn, in denen das Tarifeinheitsgesetz zugunsten der EVG angewendet würde, dann für alle Beschäftigten zur Anwendung kommen. Das bedeutet Lohnverzicht für alle Kolleginnen. Das ist dann also das praktische Ergebnis des Tarifeinheitsgesetzes. Die Verhandlungen zwischen den drei Parteien sind derzeit festgefahren. Perspektivisch zieht sich durch die Anwendung und Festigung des Tarifeinheitsgesetzes eine Einschränkung des Grundrechts auf gewerkschaftliche Organisierung. Denn durch dieses Gesetz wird es massiv erschwert, eine neue Gewerkschaft zu gründen und erfolgreiche Kämpfe zu führen. Gerade in solchen Betrieben, in denen es schon etablierte, große Gewerkschaften gibt. Kommen wir zuletzt zum Kommando Spezialkräfte, Deutschlands gefährlichster Elitainhalt. Die 1996 gegründete Truppe handelt nur im Geheimen und unterliegt faktisch keiner parlamentarischen Kontrolle. Eine offizielle Mannstärke gibt es nicht. Sie wird auf etwa 400 Soldatinnen geschätzt. Sie wird sowohl für geheime Außeneinsätze als auch den Kampf im Inneren ausgebildet. Der ehemalige Kommandeur des KSK, Reinhard Günzel, sieht die Elitetruppe in der Tradition der Brandenburger. Bei den Brandenburgern handelte es sich um eine nationalsozialistische Spezialeinheit, welche an Kriegsverbrechen der Wehrmacht beteiligt war. 2017 wurde mit dem Fall Franco A. Stück für Stück ein rechtsradikales Netzwerk in der Bundeswehr bekannt, in dem auch ehemalige Mitglieder des KSK und Köpfe des KSK-Veteranenvereins UNITA eine führende Rolle spielten. Das sogenannte Kreuznetzwerk rumt um den Hauptfeldwebel André S. alias Hannibal, führte Schießübungen durch, legte sichere Häuser an und Waffendepots. Ein großer Teil davon stammte aus Polizei- und Bundeswehrdepots. Alles für den Tag X, den Tag einer faschistischen Machtübernahme. Einige bereiteten sogar konkrete Terroranschläge vor. Doch verurteilt wurde bisher kaum jemand. Das rechte Netzwerk im Inneren des KSK wurde nicht aufgedeckt und aus den Streitkräften entfernt. Hintergrund davon ist, dass sie offenbar Hilfe von ganz oben erhalten. Und zwar möglicherweise von demjenigen, der das ganze KSK eigentlich reformieren sollte, nämlich Markus Kreitmeier, seit Mitte 2018 neuer Kommandeur des Kommandos Spezialkräfte. So gab es laut verschiedenen Medienberichten im Frühjahr 2020 für die Soldaten der Bundeswehr-Elite-Einheit die Möglichkeit, gestohlene Munition und Kriegsgerät anonym zurückzugeben. Und zwar ohne negative Konsequenzen für die entsprechenden Soldaten. Dafür sind wohl in der KSK-Zentrale in Calw sogenannte Amnestieboxen aufgestellt worden. Bemerkenswert, es kam dabei mehr Munition zusammen, als bisher überhaupt als verschwunden bekannt war. Über 50.000 Schuss sollen das gewesen sein. Eine solche Amnestie für illegale Handlungen kann allerdings nur der Gesetzgeber beschließen, denn sie verunmöglicht ja, strafbare Handlungen nachzuvollziehen. Welchen Leuten wurde damit Straffreiheit und eine faktische Amnestie ermöglicht? Genau solchen Soldaten, die es als notwendig und gerechtfertigt angesehen haben, Munition, Waffen, Hand- und Nebelgranaten aus Bundeswehrbeständen abzuzweigen und in privaten Waffenlagern unterzubringen. Bisher sind diese Handlungen ausschließlich mit dem Kreuznetzwerk in Verbindung gebracht worden, gegen welches ja eigentlich vorgegangen werden sollte. General Kreitmeier, der offenbar das rechte Netzwerk deckte, gilt laut Süddeutscher Zeitung eigentlich als Schlüsselfigur im Reformprozess des KSK. Und der Bayerische Rundfunk bezeichnet ihn als Hoffnungsträger. Am Montag berichtete die Süddeutsche Zeitung dann darüber, dass Kreitmeier wegen des Skandals kurz vor der Absetzung stehe. Einen Tag später stellte sich der Bundeswehrverband schützend hinter ihn. Und bis heute wurde er von der deutschen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nicht entlassen. Das war es schon wieder mit den Lockdown News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Teilt, liked und verbreitet das Video gerne weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.